Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Dienstag, dem 23. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 974, heute mit den folgenden Themen HomePod Mini, Weltrekord, Oprah, Resident Evil und Sky Show. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema und das ist ein positives zum HomePod generell. Ende der letzten Woche hat ja Apple verkünden lassen über nicht ganz direkte Wege, dass der HomePod, der grosse, aus dem Sortiment fliegen wird und nicht mehr weiterentwickelt wird. Nun gibt es Neuigkeiten rund um den Mini. Da sind nämlich zwei Sensoren noch zusätzlich mit drin, die man bis jetzt nicht entdeckt hatte. Ein Temperatur- und ein Feuchtigkeitssensor. Alles, was sehr spannend ist, Dinge, die ich aktuell zum Beispiel mit solchen kleinen chinesischen Acara-Sensoren abfrage und mit reinnehme, könnte ich in Zukunft, wenn ich dann für jedes Zimmer mir ein HomePod Mini leisten könnte, das so abfragen. Zumindest wenn Apple das Ganze via Software-Update aktiviert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Apple sowas macht. Zum Beispiel damals beim 2008er iPod Touch haben sie nachträglich einen Bluetooth-Chip aktiviert, der da auch mit drin war. Alles Dinge, die sauber sind, würde ich mal sagen, ein bisschen anders als bei Google, die dann, oder war es Google, die plötzlich irgendein Mikrofon im Gerät drin hatte, das man nicht da erwartet hätte und auch nicht haben möchte. Aber böses Halbwissen ist jetzt irgendwo ganz weit hinter dem Kopf und ich kriege es spontan nicht davor, deshalb gehe ich zum nächsten Thema über. Und das ist wieder mal Tesla. Elon Musk ist wieder mal im Daily mit dabei. Wie fast jede Woche irgendwie mit irgendeinem Thema, sei es Rakete, sei es Tesla oder sonst irgendwas. Dieses Mal ist es mit dem Cybertruck. 2019 vorgestellt, damals gab es nur ein paar Prototypen und diesem Jahr soll das Ganze noch starten mit der Produktion. Dazu hat man jetzt eine neue Gussmaschine oder eine Guss, wie heisst das Teil? Ja, eine Gussmaschine sich geleistet, die über 8 Tonnen wiegt, womit man die zumindest hintere Seite komplett aus einem Guss fertigen kann. Das, was man vorher aus bis zu 70 Teilen hat zusammenschrauben müssen, geht jetzt einfacher, vor allem es geht schneller und somit logischerweise auch günstiger. Ich bin ja sehr, sehr gespannt, wenn das Teil wirklich kommt und ob es auch hier nach Europa kommen wird. Der Achim, wer die News-Folge von der letzten Woche nicht gehört hat, hat ja seine noch offen stehen. Dazu gibt es übrigens Neuigkeiten GT 13 21. Wer noch nicht gehört hat, hört mal rein. Dann geht es weiter in Richtung Norwegen, der Browser-Hersteller. Opera hat ein Update rausgehauen. Zum dreijährigen Jubiläum des Opera-Browsers, genauer gesagt dem Opera Touch, kommt jetzt ein Update mit einer neuen Funktion und zusätzlich auch mit einem neuen Namen. Neu heisst nämlich der Browser nicht mehr Touch, er hört jetzt auch auf den Namen Opera und somit ist der ganze Brand wieder über alle Plattformen beisammen und stimmig. Das Ganze ist bei heute ausgerollt worden. Wer mag gerne installieren? Ich finde den Browser sehr angenehm, nutze ihn auf beiden Plattformen respektive auch unter Windows und kann ihn nur empfehlen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Google Stadia, dem Spiele-Dienst. Da zum einen eine Kooperation mit Lenovo gegeben. Somit ist Lenovo der erste Computerhersteller, der eine Kooperation mit Google Stadia, also dem Spiele-Dienst, eingeht. Wer sich einen neuen Rechner, einen Legion oder einen IdeaPad kauft, sind beides Gaming-Rechner, der bekommt drei Monate Stadia mit dazu. Und das kostenlos. Dann gibt es auch Neuigkeiten zu den Gratisspielen, was im nächsten Monat kommt. Zum einen ist eine Ankündigung Resident Evil Village. Der neue Titel wird per 7. Mai zuerst auf Google Stadia online kommen, plus die Vorgänger-Version, also der Resident Evil 7, gibt es ab dem 1. April kostenlos zum Spielen. Ich freue mich schon auf den Download und werde es dann sicherlich mal ein bisschen anzocken. Und wer es noch nicht gesehen hat, den Trailer zu Resident Evil, dem neuen Titel, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Link dazu auf daily.tiktok.ca im Podcatcher eures Vertrauens. Einfach zum Anklicken und dann anschauen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Sky Show und da bleiben wir jetzt gleich beim 1. April, also Anfang des kommenden Monats. Da ändern sich die Preise. Neu nimmt man das Angebot auseinander. Es gibt jetzt neu einen Entertainment Pass, einen Cinema Pass oder einen Kombi-Package. Entertainment sind Serien, Cinema Pass sind Filme. Und das Kombi ist das aus beiden. Also das, was eigentlich früher schon war. In einfach gesagt, wer Sky Show nach wie vor behalten möchte, wie man es jetzt genutzt hat, der bezahlt jetzt mehr. Nicht mehr 12 Ungrad irgendwie. Neu kommt ein Preis von 19,90 für das Kombi-Packet. Das sind wie immer Schweizer Preise. Der Cinema Pass, also reine Filme, sind 9,90. Und der Entertainment Pass liegt bei 14,90 für die Serien. Finde ich nicht ganz so prickelnd. Aber es gibt natürlich Menschen, die mögen Serien. Es gibt Menschen, die mögen Filme. Und es gibt Menschen, die mögen das andere nicht. Und deshalb kann man das natürlich auch auseinandernehmen. Ich bin mal gespannt und mal schauen, ob wir nächsten Monat oder wo wir nächsten Monat landen werden. Für all diejenigen, die wieder ein bisschen sparen möchten, bis und mit Ende diesen Monats kann man noch das Jahresabo zum alten Preis abschliessen und bezahlt dann 149, also 12,40 pro Monat. Nachher wird es deutlich teurer, nämlich 57 pro Monat mehr. Und das mal 12 logischerweise. In diesem Sinne, wer mag, gerne anklicken, anschauen, was auch immer. Euch wünsche ich noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und jetzt beende ich diesen Podcast, weil das Ultrabook kein Strom mehr hat. Ansonsten geht die Sendung nicht raus. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.